Hallo, ich bin Captain Bridge und ich bin Kapitän Iris. Wir sind Piloten bei EasyJet. Auf einem Flug fliegen immer zwei Piloten mit. Vor jedem Flug kontrollieren wir das Flugzeug innen und außen. Ein Pilot bleibt im Cockpit und prüft dort alles. Der andere Pilot kontrolliert das Flugzeug von außen. Ich führe euch jetzt mal herum. Wir fangen immer vorne an. Wir nennen das Flugzeug schneller durch die Luft fliegen. Dann prüfen wir die Tragflächen, durch die das Flugzeug vom Boden abheben kann. Am Ende der Tragflächen unserer EasyJet-Flugzeuge befinden sich die sogenannten Sharklets, die für noch mehr Stabilität sorgen. Das sind die Landeklappen, die wir vor dem Landen ausklappen, um langsamer zu fliegen. Danach prüfen wir die Triebwerke. Das hier sind die Schaufelblätter, die sich sehr, sehr schnell drehen und uns so Antrieb geben. Zum Schluss gehen wir zur Rückseite des Flugzeugs. Wir prüfen die Beleuchtung und die Heckflosse, die für Stabilität während des Flugs sorgt. Genau wie die Schwimmflosse bei einem Hai. Kennst du die Namen all dieser Flugzeugteile? Zeichne ein Flugzeug und schreib die Namen aller Teile auf, an die du dich erinnerst.